Unser schönes Bundesland Rheinland-Pfalz ist reich an Kultur und steckt voller Überraschungen. Heute bringen wir die Festung Ehrenbreitstein bei Koblenz zu Ihnen nach Hause. Wir springen für Sie in die Bresche. Ursprünglich bezeichnet die Bresche ein großes Loch in der Festungsmauer, das gegen den eindringenden Feind verteidigt werden musste. Heute ist die Festung Ehrenbreitstein ein Kulturzentrum, ein Ort der Geschichte und der friedlichen Begegnungen. Und dafür springen wir immer wieder gern in die Bresche. Und bald sehen wir uns wieder auf der Festung Ehrenbreitstein. Wir freuen uns auf Sie!